Ubisoft 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 presents Rayman Origins Hey, endlich ist es raus Rayman, zumindest für die PC Benutzer ist es endlich raus Ja, die PS3 und Xbox 360 Spieler, die haben das ja alle schon Ja, das sind wir endlich PC-Spieler gut dran gewöhnt, oder was heißt wir ich meine, ich spiele auch Konsole Ja, es sind jetzt endlich raus für die PC-Spieler und ich denke einfach mal, ich könnte da guten Let's Play zu machen 2011 kam es raus für die Xbox also für die Konsolenspieler und 2012 für die PC-User das ist endlich mal ein Rayman was nach langer Zeit wieder um Rayman handelt, also kann man jetzt schlecht erklären, aber zum Beispiel Rayman, ähm, dieses Rabbit-Spiel dieses Rotlum 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 Hartlum irgendwie sowas da ging es da wirklich nur wie Kaninchen und ich bin uns jetzt einfach mal die Maus die seht ihr hier so hui denn, äh, ich hab keinen Bock Eingabe zu drücken ich klicke da einfach drauf ich bin zu faul okay, äh, ja dieses Spiel speichert schön das wäre auch schlecht wenn nicht ähm, Optionen HD ähm, ja okay, also denke ich mal so gut dann, äh, starten wir direkt mal ein neues Spiel naja, ich liebe einfach diesen Comic diese Comic Art ich mag es einfach die relaxen da oh, ihr fett am Bock Graz ein Junge oh, yeah oh, uh, uh, uh lass mal so fett am chill ne so fett, Junge oh oh, nein was ist das eine aggressive Ome oh, nein sie wie sauer sie haut den ganzen Wald kaputt oh, jetzt ups, 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 ups einfach weitermachen oh, nein, nein, Hund er kriegt Tollwut oder sie kriegt Tollwut ah, und jetzt schickt die die ganzen schwarzen Lohns auf unsere nein, oh, nein äh, etwas gerade von meinem Mann den Kopf ausgerissen wissen auch einfach zum schön o o war und alle sind vorliegen auf vorliegen Totenschädel das Jahr und Jahr vorliegen für er sei herz vor b bett uns es sparen w und Bars wir haben gewonnen und neuen Verloren das regnet auch noch kann ich nur schluck auf m ich kann mich so schluss und war hier bewegen Ruhr Korko ich kann dann Gott zu Gott beten Ruhr und ich kann mich drucken was das bringen wird weiß ich nicht das sind geil man kann körper machen was hier im Anfang die du klatsch vieler hält sieht so aus als ob der alte Meister wieder mal durchknallt wir werden diesmal elektro elektrons diese komischen zwei die es brauchen um ihn wieder in Schuss zu bringen ok mach mal hey hui ja dein Bart ist richtig toll das ist klasse so ähm was gibt es hier zu erkunden hui nein ich ist mal was los auf Wechtung durch dein Gesäge hast du scheinbar die wandelnden Seelen zum Leben erweckt nächstes Gesäge die Oma hat alles kaputt gemacht hey äh ok ja ja ich kenne dich noch aus ähm ne alten Spielen aus alten Zeiten so zur Lichtung der Träume ok ähm der schneide ich den Baum und es geht links weiter zu das dichtende Dickicht ok das dicke dickicht dichtet so oft boah das ist voll der Zungenbrecher und es geht los mit der reinste Urwald Punkt 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 und hier kann ich immer so schön laufen ne das kenne ich auch aus der Demo hui die Demo habe ich auch gefeiert also das wird bestimmt ein geiles Spiel und wir sind hier erst das erste Level es geht los und jetzt erstmal hier so ups schön durch hier im Urwald dass er eben gucken muss ok ne ich äh äh hab gerade geguckt ob er aufnimmt weil das halt nicht aufnehmen würde wird das schlecht sein glaub ich raus ok und ich glaube wir mal ähm wir müssen sie retten zumindest bis hierhin habe ich gezockt bis genau hierhin dann äh stürzt das Spiel irgendwie komischerweise ab und ich hatte keinen Bock mehr nochmal neues machen zumindest ohne Aufnahme und deswegen spiele ich jetzt einfach mal und hoffe das ist nicht ey hey das ist nicht abricht ich will hier drauf denn ich weiß noch genau wenn man hier drauf schränkt man Lums 3 Lums wow wow ok wir haben den Lums dann kriegt das gut wow wow und bum ey geil hui was ist das eigentlich für komische Bombenpflanzen ich mein wer verteilt in der Welt Bombenpflanzen oder seit wann wachsen Bombenpflanzen überhaupt hui was ist das denn ah ne Wasserrutsche ah geil ok aber das ist ein Rätsel weil keine Ahnung oh ah schnell rein was äh ich schlagen schlagen irgendwas äh ach so ich kann nicht oh bravo oh 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 ich will... Boah, gut. Okay. Ah, gut. Hab ich mir mal schön den Weg freigemt? Was ist das denn hier? Oh, hier sind alles fallen. Das ist ja cool. Fallen die mir endlich mal was nützen und nicht... Ja, die mal was nützen, wie schon gesagt. Und nicht mich einfach töten wollen, ne? Hey, gib mir nur das Herz. Hier. Boah, geil. Ich bin so fies, ne? Oh, ich darf jetzt aber selber nicht da reinfallen. Ha. Ah, herrlich. Verrückte Musik. Komm, jetzt, komm her. Bam, 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 bam. Oh yeah. Short, eh. Obwohl das nicht geht, aber egal. Oh, okay. Dafür haben wir zwar ein Herz verbraucht, aber ich hab dafür das... den goldenen Coin hier. Perfekt. Hey, lass sie frei. Hör auf mit diesem... Sauber-Scheiß-Jür. Duo- Oh. 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 wurde er abgekriegt war und du jetzt auch hier auf damit Prozent wir haben es in der Menschheit wir haben den Käfig und Nürn bei der Sexbombe und sieben 60 Punkte und was ist das mit lassen die Höchstpunkte ich weiß es nicht oh ja wir haben noch ein smiley und wir kriegen noch den dritten so wie es aussieht und wir kriegen die goldene medaille und zack oh man geil boah ist das ne geile musik ey boah geil ey okay wir machen weiter weiter lebt das ja okay alles klar alles klärschienen zurück zur lichtung der träume okay der reizt urwald boah okay wir haben jetzt drei smiley wir haben hier alles voll und es geht weiter zu zu der fulminanten von technik aber ich werde jetzt erstmal den sound ein bisschen testen und gegebenenfalls dann noch ein bisschen rumschrauben und wir sehen uns dann im zweiten part bei der bei den fulminanten von tähnen dann bis dahin einen schönen tag ähm voll billig ciao mit v oder einfach nur bis zum nächsten part tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.